Alle bereit? Bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Wir sind bereit, denn es ist Freitag. Es ist Geogesterzeit. Diesmal keine Off-Himmel-Map. Aber wieder mit drei Leuten. Mia, Starwolf und Dave. Wieder nochmal mit dabei. Off-Himmel Deutschland. Off-Himmel Deutschland. Ich habe das dazu beitragen. Weil ich es gesehen habe. Die Map heißt Deutschlands Sehenswürdigkeiten. Hashtag 2. Wie steht das nirgendswo? Bei mir stand das bei Herrn Weitz. Ah, so. Na gut, dann tun wir mal starten hin. 3, 2, 1, go. Eine Glasscheibe. Ja, das ist doch hier. Ach, das ist doch alles klar. Da war ich doch schon. Wenn das der ist. Ich bin mir gar nicht sicher mit dem Geländer. Aber vielleicht könnte das der... Er kann sich auch bewegen, ne? Ja, das ist der Brunnen der Völkerfreundschaft. Da bin ich mir ganz sicher. Ach, krass. Ich bin auf einmal draußen. Ich bin unten. Wo ist das Ding denn jetzt hin? Ich finde, es ist bei mir gerade weg. Ich bin irgendwie die ganze Zeit auf so... Ach, da ist er. Ja, nice. Ich bin draußen. Ich bin draußen. Ich auch. War voll einfach. Nein, bei mir geht es mal im Kreis. Ich bin auf diesen kleinen Dingern drauf. Da sieht man den Google, Mann. Man sieht ihn. Er zeigt sich. Er hat so einen Idioten-Zepter in der Hand. Aber jetzt, wo ich draußen bin, bin ich mir sicher, dass es nicht da ist, wo ich zuerst weinte. Ich glaube, das ist in Hamburg, ne? Wenn ich den Bahnhof und so jetzt erkennen würde. Das sind doch alle bestimmte bekannte Gebäude hier. Doch. Das. Das. Das läuft auf keinen Fall. Nee. Ich bin die ganze Zeit... Hier in diesem Turm, wo wir drinnen waren. Ja, das ist... Da sind so, 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 so Bretter aufgestellt. So, 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 so Miniatur-Welten. Und ich bin die ganze Zeit nur auf diesen Dingern drauf. Mhm. Oh, man kann aber auch nicht weitergehen, das sehe ich gerade. Komm ich immer wieder hoch? Achso, da kann man... Ah, man kann oben weitergehen. Und ja, ich weiß auch, wer der Google-Mann ist. What the fuck? Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Aber irgendwie kann man nicht so richtig weitergehen, ne? Holy shit. Ja. Das ist krass, was... Irgendwie nur im Kreis. Ja, also ich bin mir relativ sicher, dass es... Naja. Ich... Ich meine, ich war schon mal da. Ich habe überhaupt keinen Plan. Ich auch nicht so wirklich. Ich tippe auf Hamburg. Beides... Dass man auch nicht oben im Turm wenigstens vor allem herumgehen kann, oder so. Wie gesagt, ich bin nur die ganze Zeit auf diesen Miniatur-Welten unterwegs. Ja, die meine ich. Die fand ich so faszinierend. Von Miniatur-Welten. Die habe ich nicht mehr gefunden. Okay, dann ist es... Der ganze... Der ganze Turm besteht daraus. Achso, das meinst du? Okay, dann ist es... Dann ist es nicht... Nee, das ist nicht das, wo ich... Warum kann man nur raus und rein? Ja, wo ich hinrenne, ich... Ich bin immer auf den gleichen. Ja, das geht nur raus und rein, ne? Du bist halt die ganze Zeit hier. So. Ich komme nicht mehr raus. Du bleibst hier drin für immer. Ja, das Gefühl habe ich auch. Okay, jetzt wird es strange. Jetzt bin ich doch wieder bei meiner Meinung. The fuck? Ah, okay. Ja, safe, safe, safe. 1000%. Ich habe da so Hinweise gefunden in der Miniatur-Welt. Also... Das ist eventuell doch Berlin. Da versuche ich auch schon drauf zu achten, aber ich kann ja nix... Ich habe das Van Gogh-Tor gesehen, aber ansonsten... 30 seconds, my friends. Ja. Ich dachte doch, ich war schon mal da. Ich habe mir von außen schon so bekannt vor, das Ding. Ich war schon in drei Fernsehtürmen. Oder wie die Dinge heißen. Echt? Ach, fuck. Ich habe auf die Zeit nicht drauf gedacht, ja, natürlich. Oh, 10 Sekunden. Oh, make it. Oh, 758 Meter. 11 Meter. Äh, 785 Meter, so rum. Oh, wo sind wir? Der Berliner Fernsehturm. Was? Okay, ich war noch nie in Berlin. In dem Miniatur-Dingens, da war dann auch irgendwann, hat man die Berliner Mauer gesehen und so. Ah, ne, dann habe ich auch das nicht gesehen. Von außen auch mit diesem komischen... Meißen-Konstrukt, das kam mir sehr bekannt vor. Das war, das war auch erst meine erste Vermutung, aber... Ja, ja. Das kann jetzt... Nur dann, als ich dann draußen war und diesen Platz mit dieser Kirche da gesehen habe, da habe ich gedacht, hä, das hast du in Berlin aber nicht gesehen. Aber da war ich nur auf der anderen Seite. Ja, für mich war der Anweis, das Brandenburger Tor, was ich zwischendurch mal gesehen habe. Das habe ich tatsächlich nicht gesehen. Ach, ne, jetzt sagt man nicht, wir sind hier in der Kirche. Next round, wa? Ja, hoff, ja. Ich habe schon drauf geklickt. Jetzt sagt man nicht, wir sind in der Kirche und wir können es nirgendwo hinbewegen. Er hat uns absolut recht. Wir sind ja in der Kirche und können uns absolut irgend somit bewegen. Also, der Kölner Dom ist jetzt nicht. Ja, toll, ich kenne ja so viele Kirchen. Religion hab ich mal mit 0 am Hut, ne? Ja, ich auch nicht. Ich weiß nur, dass es nicht der Kölner Dom ist. Da hab ich jetzt schon stolz auf mich. Ich war ja auch schon im Kölner Dom, also das sieht man sofort. Ist ja viel zu hell hier. Sancte Beno. Viel zu schön. Was? Sancte Beno. Der Papst, der ist schon so alt, der ist schon versteinert und wurde eingegoldet. Weißt du nicht, was es noch für bekannte Döme oder große Kirchen in Deutschland gibt? Überhaupt. Ach, da steht Sancte Beno drauf. Sancte Beno. Beno. Ich glaube, es gibt in jeder größeren Stadt irgendwie so eine Art Dom. Ja, aber das hier sieht ja schon nach einer besonderen aus. Der Kölner Dom, den gibt es ja auch nur einmal so. Ja, wäre auch schlimm, wenn es den Kölner Dom zweimal gäbe. Den Kölner Dom gibt es in Köln und Düsseldorf. Ja, nee, aber ich sag mal, so in der größten Ordnung. Das ist ja schon ein großes Ding hier. Findest du, glaube ich, nicht in jeder Stadt. Nee, ja, also wir haben sowas nicht. Wir haben aber drei Kirchen. Wow. Hey, ja, ja. Und zwar, wenn der Wind gut steht, hörst du von allen Kirchen gleichzeitig das Glockenläuten. Orchester. Dolby Surround. Kann ja jetzt schon Gäste machen. Ich muss ja nur für euch warten dann, ne? Da passiert ja nichts. Ja, das ist... Was sind die Patent für die Kirche? Ja. Ha, 150 Kilometer. Das ist sogar... Ja. Einigermaßen, ja. War glücklich. Ähm... Aber ist immerhin noch eine Stadt neben der anderen Stadt. Also 150 Kilometer sind jetzt auch nicht wenig. 150 Kilometer, das ist... Da bist du von hier fast schon in Nürburg. Ne, bist du ja wohl locker in Nürburg. Über Nürburg hinweg. Weiß nicht, ob wir im Ruhrpott sind oder eher im Süden. Soll ich auch mal... Soll ich auch mal einfach mal gessen? Ja. Mach ich auch. Machst du ein Konto? Boom! 24 Meter. Alter Vater, ey. Was hast du für ein Glück? 904 Meter. Die Frauenkirche in München. Warum habt ihr beide so Glück? Ich hab auf Nürnberg getippt. So einfach genau an Nürnberger Dom vielleicht. Ich auch in München. Und ihr seid beide genau in München. Er ist doch nicht normal. Und dann auch die richtige Kirche. Ey, ist doch nicht normal. Ne, nach Kirche hab ich nicht... Ich hab einfach in Dings rein. Noch krasser, 900 Meter. Ich hab einfach in München reingeklickt. Oh mein Gott. Ich hab einfach reingezoomt und dann steht da Frauenkirche. Ich dachte mir, komm, mach einfach mal. Wie geil. Was seid ihr voll locker. Das gibt 5 Sterne. Das gibt echt 5 Sterne. Krass. Ich kenn mich aus mit Kirchen. Ich wusste das halt die ganze Zeit. Ich hab keine Ahnung. Okay, play next round. Okay, weiß ich, wo das ist. Ungefähr. Berlin. Da hast du verraten. Ey, das ist in Amerika. Da steht Porn Beach. Ja, da oben steht aber Berlin CID Radio. 104.6 RTL. Ah, ich glaub, ich weiß auch... Was ist das? Ich weiß, was es ist, aber ich weiß nicht, wo es ist. Ich hab keine Ahnung, ich kenn das Ding. Es ist irgendwo Berlin, Potsdam, Brandenburg. Irgendwo da in dem... Ich weiß auch, was es ist. Du weißt schon, dass Berlin, Potsdam und Brandenburg alle recht weit auseinander liegen, ne? Aber die Ecke da hinten. Ja. Entschuldigung, dass ich es nicht genau weiß, Herr Starwoll. Keine Ahnung, was das ist. Ja, wo genau das liegt, weiß ich leider auch nicht, ja. Ich weiß nicht mal, was das für ein Ding ist. Das ist dieses... Kann man ja sagen. Tropical Island. Genau, Tropical Island ist dieses riesige... Wie nennt man das? Noch nie von gehört. Urlaubsfeelingsgedünken bei dieser Kugel halt. Ja. Ist auch noch nie von gehört. Ich glaub, da gibt's sogar Apartments drin, wo man sich buken kann. Ja, da kannst du übernachten und was auch immer. Ist schon krass, das Teil. Echt noch nie von gehört. Irgendwo in der Zeitung gelegen, Zufall. Wo ist das? Das ist halt da irgendwo im Osten, ist das. Ja, der Osten ist gut, ne? Absolut richtig. Immerhin fünf Bundesländer. Ja. Ich glaub auch nicht, dass das so einfach ist, dass das steht. Hier ist es. Es gibt ein Scharmützelseegebiet. Okay. Das heißt wirklich so. Das ist südöstlich von Berlin. Da steht Scharmützelseegebiet. Scharmützelseegebiet. Ich glaub. Faun-Ingel. Spree, Löcknitzer, Wald- und Seengebiet. Jungfernsee, hab ich auch gefunden. Wir brauchen auch was anderes. Die Tierhistorische Funktion. Da war das da unten Richtung. Wie Loch? Hä? Wie Loch. Schwieloch. Heidenhof, Gollenberg. Das wär doch jetzt lustig, wenn ich einfach reinzoome und da steht Tropical Island, ne? Oder wie er hier nochmal heißt. Ich glaube, dann würd ich ausmachen, weil das wär echt gruselig. Ja. Ich find hier alles möglich und nicht das, was ich will. Schloss San-Sushi. Ja, das Sushi, das ist aber in China irgendwo. Nee, San-Sushi. Sushi ist japanisch. Achso, weiß ich doch. Ja, japanisch, chinesisch, hauptsache asiatisch. Ja, Port-Region. Ja, Port-Region. Ja, Schöne Berger, äh, Schöne Berger, ja. Schöne Felder Flugkarten. Ich mein, das wär irgendwo in Berlin rum. In Berlin rum. Ich hab Kotzen gefunden. Dieter Delle Spandau Haselhorst. Ich mein, das wär irgendwo da. Berlin-Arcano Club Borussia. Borussia. Hoppala. Badestelle am Forsthaus. Minutchen haben wir noch, ein gutes Minut. Berliner Unterwelten e.V. Gibt's denn Sachen? Lustiger wäre, wenn das jetzt ganz woanders ist. Sauna, Sauna, Sauna-Freunde-Berlin. Ich tippe einfach mal auf, äh, Friedrichshain. Ja, komplett falsch, ne? Nur nix. Ach, nix. Ich make it's guess. Tatsächlich Copical Island. Da war ich doch. Oh, 69 Kilometer, viel zu weit weg. 15. 15. Ah, ich war erst unter Berlin und hab da wieder umgeschwenkt. Fuck. Gibt nur zwei Sterne, ich kenn das Ding nicht. Ungefallen hat's mir auch nicht. War es unter Potsdam und so? Ne, hab ich auch nicht gedacht. Ist schon weit, weiter weg. Berlin, Potsdam, Brandenburg. Irgendwo da an der... Lesenhüttenstadt, ist ja auch schon, schon ein gutes Stückstück. Rietz-Neuendorf-Starkhof. Ne? Ist da daneben? Ach so, da steht's, äh. Daneben ist ne Glashütte übrigens. Hm. Na gut, play next round? Jupp. Okay. 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 Ja, Stadt ist schon mal bekannt, ne? Also ich find's extrem einfach. Ja. Ach, ja, ja, natürlich, ja, 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 ja. Hehe. Okay. Wo ist ich? Da. Da. Boah, bin ich jetzt so richtig? Ja. Aber wo da genau ist das jetzt? Ich hab das Gefühl, dass ich komplett falsch liege. Bist du denn schon mal in, äh, Stuttgart? Jaja, das ist, das ist mir dann auch... Warum gibt ihr euch denn so krasse Tipps, ey? Stuttgart war jetzt nicht... Ja, ich sag mal, wenn man jetzt gar nicht drauf gekommen wäre. Ja gut, also... Stuttgart ist schon. ...Mercedes-Benz, also... Ja, nur hier gibt's noch viel von Mercedes, ich hab'n Benz-Werk, ich hab'n Daimler-AG Stuttgart, Daimler-Zentrale... Ich weiß nicht, welches Ding da ist. Da, da, wie da ist es? Da ist es. Ich glaube, dass ihr schnell hier so Sachen finden könnt. Können wir mal gucken. Ah. Wie sagtest du das gedöhnt? Ja, ungefähr da stehen wir, würde ich sagen. Da ist die Autobahn. Ach, warte mal, warte mal, warte mal. Boah. Stop. Haps. Ich müsste so auf 20 Meter genau sein. Ja, korrekt. Weiß ich noch nicht, ich hab'n noch nicht gegessen, Martin. Ich hab' nicht mehr irgendwas mit Mercedes gefunden, ich hab'n hier alles in der Innenstadt, aber... Ach, das sind wir, okay, 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 okay. Okay, dann stehen wir, äh... Also ich fand's jetzt recht einfach. Ja, okay. Vor allem, weil, äh, an dem, da, wo man anfängt, da steht ja eigentlich auch direkt dran, wo es ist, wie es heißt. Ja, ja. Ja, okay, ich hab' mich jetzt egal, gar nicht um groß umgeguckt. Mercedes in Stuttgart, okay, super. Ich müsste so auf 5 Meter genau dran sein. Ja, ja, ich, ich berechne immer ein, dass der Google-Mann irgendwie ganz komisch steht. Mhm. Aber, ja, theoretisch müsste es 5 Meter sein, wenn ich muss... ...Wettfahrt. Na? Ich geh' noch mal ein bisschen näher ran. Also ich schwör' soweit. Na, ich... Ja, hat er noch, hat er noch ein bisschen. Mhm. Boah, das muss der Kreisver... Also im Kreisverkehr hab' ich jetzt noch nicht, aber... Kreisverkehr? Was für ein Kreisverkehr? Ja, wir stehen ja in einem Kreisverkehr. Mhm. In einem Kreisverkehr? Wir stehen mitten in einem Kreisverkehr. Hä? Ja, Spaß. Naja, mittendrin... Ja, okay, ich mach' einen Gäste jetzt, ne? Okay, dann mach' die mal, ich mach' das Letztes. 3,2 Meter. Ja, 25 Meter. 5,6. 5.000 aber, ja, ja. Ja. 5 Sterne. Weil's so einfach war. Der stimmt, der stand da. Ach, ich bin doof, ja, ja. 5 Sterne. Play next round. Play next round. Jawollski. Schwarzes Bild. Ne, hast du das endlich mal? Jep. Aber ich kann mich bewegen. Oh, jetzt ist was da. Oh, cool. Krass, das kenn' ich noch gar nicht, dieses Ding, das... Was ist das denn? Ich... auch nicht. Okay. Ich seh' nur ein einziges Bild, alle anderen sind schwarz. Okay. Ja, wir sind... Ah! Ja, ich weiß, welches du meinst. Es gibt auch nur drei Bilder. Ja. Ach, krass. Zwei. Zwei. Ja. Eins davon ist schwarz. Bei mir sind zwei davon schwarz. Ach, ich weiß, wo wir sind. Easy. So. Ach, da war der jetzt. Ach doch, ja, da hinten. Ja, ja. Ich seh's. Da hinten, siehst du? Ich seh's, ja. Aber wo ist das? Ja, eben. Was sieht man denn? Nicht doof. Ach, ich bin schon am schwarzen Bild. Ich weiß nicht, wo der ist. Logo-Legend. Stasi-Museum. Da, 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 ich hab's. Ich spiele an der Plane. Das ist, das ist, das ist, das ist doch eigentlich hier. Boah, was ist das denn? Ach, da sind wir. Ach, ja, okay, jetzt hab ich's auch gesehen. Endlich. War lang gebraucht, um da hinzugucken. Ich find' gerade nur... Das Ding nicht. Also das Bundeskanzleramt hab' ich schon mal. Ich find' dieses verkackte Tor nicht. Gerade. Das ist schon ein Tor. Ja, das... Das Tor. Große. Also wir wissen schon mal alle, dass wir in Berlin sind. Oh, scheiße. Ja, nee, ist klar. Ich find' das Brandenburger Tor nicht. Was willst du denn mit dem Brandenburger Tor? Weil ich das sehe. Oder ist das das nicht? Meinst du das mit der Glaskuppel da hinten? Nein, da rechts daneben ist Brandenburger Tor. Ja, also gibt nicht noch mehr Tipps. Also wir sind ja schon alle in Berlin, ne? Also ich glaube, ich hab's gefunden und so, was es sein könnte. Ich hoffe, dass ich es gefunden hab. Brandenburger Tor seh' ich gar nicht. Hä? Ist das nicht das mit dem Pferd und dem Reiter? Okay, also ich wär' soweit schon mal. Tatsache, das ist das, ja. Eben, und ich find' das auf der Karte gerade nicht, das ist... Ach, du Scheiße, da. Dort ist er. Da, und dann müsste das ja eigentlich... Ich kann ja meinen Gäst schon machen, ne? Das ist doch nicht schlimm. Du kannst deinen Gäst rein... Ach, fuck. Ja, okay. Wenn man jetzt so guckt... Ja, okay, okay. Wenn man jetzt so guckt... Dann ist das weiter rechts. Das ist... Ah. Irgend das Brandenburger Tor... ...zum Norden. Das heißt, man müsste da... Ach, das ist... Ich glaub' das... Ich glaub' das... Ah... Hier. Wahrscheinlich habt ihr eh gleich wieder zwei Meter oder so. Nee. Wenn man jetzt von hier aus guckt, dann sieht man... Dann sieht man da das und dann... Nee, das kann auch nicht sein. Warte mal. Das ist das. Ja, das passt. Das ist ja... Da ist eine Straße. Das ist die. Das ist die. Ich kann's nur die Zeit nicht sehen. Wie lang habt ihr noch? 30 Sekunden. 32 Sekunden, ja. Ja, ich geh' mal davon aus, dass das... Dass ich hier richtig bin. Auch das von den... Häusern her passt. Ich tippe hier. Das ist... Ja, ja, ich bin... Passt du? Jetzt, ja. 300 Meter war ich weg. 71? Oh, war das doch nicht das. Scheiße. Denk mal, für die, ihr Mordokon ist das. Doch, 113 Meter. Ja, ja, genau. Das ist das Denkmal für die... Das hab ich mir... Nehme ich auch irgendwann gedacht. Mit den ganzen Särgen da oder was das sein soll. Und wenn du da stehst... Wir waren noch weiter im Süden. Ich war nicht... Ich wusste nicht, dass sie jetzt so nah am Brandenburger Torsten... Doch, das war doch direkt da... Das hast du auch direkt im Bild gesehen. Da war eine Straße breit. Links daneben im Hintergrund war halt dann das... Dingens. Der Bundestag. Ich hab die Sicht, wo man steht, auch noch ein bisschen verwechselt. Deswegen die 100 Meter. Aber sonst, ja. Bönen Sterne. Jusumari. Hey, der letzte... Kann ich sein Star Wars wiedergeben? Was? Okay. Aber sogar gut knapp. Diesmal? Ja, ja. 1100 Punkte. Ja, die dritte Map. Ja, die dritte Map war's. 56 Kilometer. Die Kirche in München war hier gecheated. Tropical Island. Das hat's rausgehauen. Obwohl ich das Ding gar nicht kenne. Guck. Aber ja, die erste... Die Kirche in München, ey. Die war so gecheated von euch beiden. Das war so krass. So viel Glück, ey. Bei so vielen Kirchen in Deutschland. Bei so Dömen oder wie die Dinge heißen. Ausgerechnet die Richtige. Ja. Das war echt Hammer. Ich saß da nur so, ja komm, München, mach mal. Ach, Frau und Kirche, ja, ja, ist die eh nicht. Ja, ich hab sogar noch überlegt, ob ich in München mache oder im Ruhepot. Ja, hast du schon, hast du gesagt. Dann hab ich aber doch gedacht, ja komm, mach's einfach in München, ich klick's hier irgendwo rein, 900 Meter. Das war schon nice, ja. Ich hab echt nicht reingezoomt. Ich hab bloß München, so ein großer, schwarzer Flecken da gehabt und einfach reingeklickt. Da sind wir. Ja, ist richtig. Gut. Das war schon eine bessere Folge. Ja, ja, die war lustig. Vor allen Dingen, Daves erster Guess. Ich seh's gerade auch. Irgendwo im Atlantisch, im Südatlantik. Da hab ich ja nix mehr geklickt. Ich wollte gerade sagen, ey, wir waren noch gar nicht in Afrika. Eingeklickt. Das war so scheiße. Ja, da unten in Afrika, da steht ein Berliner Fernsehton. Das ist absolut richtig. Ach, herrlich. Ja, eine schöne Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ein schönes Wochenende. So, bis zum vielleicht nächsten Mal am Freitag. Alles klar. Bis dann. Ciao.